Da haben wir die vollständig unliminierte Sohle freigelegt vom Hufabszess. Hier oben ist der Aufbruch zu sehen an dem Kronenrand. Da ist auch noch eine Verbindung dazwischen. Hier kommt sogar noch Sekret. Da kommt noch was raus. Es hat sich also hier in alle Richtungen vollständig über die Sohle verteilt. Bis in die Eckstreben und auch unter dem Stahl.